Ja, aber wie geht denn das jetzt? Hallo? Hm, ich hab Steine gefunden. Können wir auch rennen? Bro? Ich kann mir ein Messer craften. Da bin ich dabei, mein Freund. Zack. Und ein Bärenkopf. Nimm mal das Ding in die Hand jetzt hier. Fame. One. Rank. Nobody. Wow, ich bin besoffen. Äh. Äh. Aha. Fame. Eins. Schau, wo sind sie jetzt? Wo sind sie die Feinde, aha? Alter. Wir sind doch doch in China, oder? Wo krieg ich eigentlich Holz her? Ich find ständig... Ah, scheiße. Ich hab hier den Strauch absticht. Was hab ich jetzt bekommen? Stock. Ach, da ist hier ein Stickstock. Leute. Menschlich. Kann ich jetzt eigentlich so ein Ding craften hier? So ein, äh. Bums. Das ist es doch, oder? Ich brauch Seil. Fünf Meter? Fünf Meter Seil für so ein Pimmel, den ich hier machen will? Nee. Meine Hose ist zu schwach. Oh, Pilze. Ja, nice. Hm. Alter, Juri, du siehst ein bisschen dicker aus, mein Freund. Alter. Oh, nee. Hallo. Hallo, kleiner Mann. Was willst du? Ich schlag's mal kurz. Vorsichtshalber. Ich komm nicht dran. Wally ist hinter mir her. Scheiße. Ich hab ihn abgehängt. Der holt jetzt bestimmt seinen großen Bruder. Shit, Mann. Das wird haarig. Das ist echt spannend. Fame Points 2. Sehr gut. Langsam wissen die Leute von mir. Der King ist in der Stadt. Leute. Also ja, auf dem Land. Aber hoffentlich bald in der Stadt. Bin ich eigentlich komplett besoffen? Ich hab noch ne Karte. So, wir gehen jetzt nach D1 da oben links in die Seel. Die machen es einem echt einfach direkt mit ner Karte, oder? Ganz schlecht. Ich hab auch nichts dagegen, wenn man sich so ein bisschen durchfuchsen muss. Also richtig sich Wege merken muss. Oh, warte mal. Da gehen wir jetzt mal hin, aber langsam. Das ist zu langsam. Das ist mein Motto. Wo sind eigentlich die anderen Spieler? Hier sind angeblich über 60 Leute drauf. Oh, er ist hungrig? Oh, nein. Warte mal. Stopp. Oh, shit. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich hoffe, hier ist ein Fluss oder so. Besser als ein Fluss. Ne Wumme. Geil. Summer in the city. Aha. Bestimmt ist doch Wasser drin für mich. Dankeschön. Oh mein Gott, da ist bestimmt was so was Wichtiges drin. Ja, Dreck. Kann ich Rubberband trinken? Wasch halt noch ein Rubberband. Meine Hose ist gleich voll. Oh. Oh, jetzt hab ich den Kackstift in der Hose. Blueberries. Ja. Eat. Oh mein Gott. Da passiert irgendwas. Da rett ein Viech weg. Bin ich eigentlich gerade Bären aus dem Müll gegessen? Wir haben einen Hut gefunden. Nice. Wie kann ich ihn anziehen? Oh, so. Noch eine Mütze. Die ist viel cooler, die Mütze. Er ist hungry. Erstmal ein bisschen Mehl. Oh, eine Säge. Die nehme ich ja gerade mal in die Hondo, das Ding, das Apparelöge. Oh, da ist die Tür schon offen. What? Hallo? Oh. Flint and Steel, Leute. Damit können wir Feier machen, doch. Schöne Feier schon. Habt ihr das auch gehört? Ich könnte schwören, dass da was war. Was hab ich denn hier? Ja. Wir sehen jetzt zwar nicht sonderlich cool aus, aber haben mehr Platz. Ah. Zwei kaputte Schere. Schäe. Kann ich auch noch was im Hut lagern? Ne. Schade. Oh. Kaliber 22. Jawoll. Wie er es eingelegt hat Also falls mich jemand angreift Und ich schnell genug nachlade Kann ich jemanden fissen Oh legal, trinke ich das jetzt? Na klar, runter mit dem Scheiß Ich kann doch jetzt nicht immer noch hungrig sein Ich habe gerade ein Liter Öl getrunken Ja Leute, ich habe Angst Guckt euch das an, Leute, Alter Bam, tschüss Tschüss, Birke Ne, halt, mach es nicht Als wenn ich jetzt Holz gebrauchen könnte Komm schon Ich habe überhaupt keinen Platz, um irgendwas damit zu machen Ich habe keinen Platz Oder ich raffe das Inventory-System noch nicht ganz Aber ich meine, ich kann nur mitnehmen, was hier ist Also was hier reinpasst Ja, eine Cola Trink die doch mal, drauf damit zu schlagen Der schüttet alles, was ich trinke Guck mal da, der Apel, kannst du doch essen Oh, mh Schrottflintenparton Und eine Pistole Ich brauche nur noch einen Rucksack, komm schon Hört ihr das auch? Oha, da hinten Leute, 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 Leute Alter, was steht da? Okay, das ist wieder säglich Bulletproof, nice Eine Maske Wie geil ist das denn? Alter, Hiking-Boots Tausendmal besser als unsere Kinderstiefelchen da Papier Okay, da ist er Was ist das? Ich bin so dumm Oh mein Gott, ich wollte nicht schießen Hört ihr das auch? Oh no Wobei, vielleicht haben die auch krasses Zeug dabei Was? Alter, schieße ich nicht ab, oder was? Super, jetzt habe ich alles verballert, was wir hatten Ich habe keine Ahnung, wie stark die Boys sind Ich versuche jetzt mal den einen hier zu klatschen Hallo Oh Gott, oh Gott Oh, Alter, wie der springt What the fuck Oh Gott, da kommt er Oh fuck Au Alter, wie lange man ausholt hier? 40 Jahre Aber er auch Haha Batsch Tot, tot, er ist schon tot Er ist schon tot Das ist verlächerlich Komm, du hast irgendwas krasses dabei Wenn der jetzt einen Rucksack dabei hat Obwohl er ihn nicht anhat Wow Du bist nackt Haha What the fuck Na, das hat sich ja gelohnt Eat Das ist interessant Was kann die Jacke? Oh geil 5 Kilo, Alter Ich nehme seinen Kopf mit Jetzt noch einen Rucksack Und dann bin ich glücklich In blau Alter, wie geil ist denn das? Bitteschön Gegen unseren taktischen Fischerhut Kann niemand was sagen Der ist rein taktisch gesehen Komplett Boah, oh Na, da vorne ist der Fettsack Alter, ist der eklig, Mann Ich werde mit euch Ich kann den nicht einfach platt machen Der ist bestimmt ultra stark Oh Gott Oh fuck Nein, das ist mir Du kommst hier nicht rein Dankeschön Dann hat er keine Leiter hochge... Oh, Spiderman Guck was ich mit deinem Kumpel ge... Ach du Scheiße Du Scheiße Du Scheiße Hab geh hoch Oh mein Gott, oh mein Gott Scheiße, ich hab Panik zu kaufen Läuft da unten jemand? Da läuft jemand Da unten läuft echt jemand Da ist ein Spieler Warte mal Ich komme mal kurz runter Um zu helfen Da hat ne Pistole Oh Gott, da hat ne Pistole Fuck, fuck, fuck